Die Rettungsdienst Wir haben alle wieder angefangen. Ist es gut? Ich kann eine Unterschiede für die Leute, die meine Hilfe brauchen. Dieses Lernen im Rettungsdienst hat mich immer wieder motiviert weiterzumachen. Wir wissen nicht, was wir brauchen. Das ist ziemlich schwierig. Die Kameradschaft, die dahinter steht, das ist unglaublich. Wir sind eine große Familie. Wir gehen in den Helikoptern, dressen wir, und dann gehen wir. Ich habe immer wieder auf dem Helikopter-Piloten, seit ich bin ein Helikopter-Pilot. Montemescu macht viele Suchen. Wenn ich den Menschen helfen kann, habe ich für mich ein wunderbares Gefühl. Das Leben ist doch schön. Nicht alles, was man hat, ist schlecht. In irgendeinem Sinn wird auch das Schlechteste, was wir erlebt haben. Wir sind ein starkes Team, die zusammen fliegen. Wir versuchen, das Beste für unsere Kunden und für unsere Menschen in need zu tun. Es gibt Patienten, die werden dir unter den Fingern sterben. Ich finde diese Jobs ziemlich emotional. Wir erinnern diejenigen, wo es etwas für jemanden bedeutet. Diese Dankbarkeit der Menschen, wenn man denen geholfen hat, wenn man denen auch nur einfach die Hand gereicht hat, das hat man nirgendwo so intensiv in meinem Beruf. Everyone has to adapt to each other and show the best side. Sachen müssen immer weiterentwickelt werden, immer besser werden. Those sort of jobs you never forget. Ich habe mein Traum, ja. Ich habe mein Traum, ja. Das hat meine Waal, ja. Ich habe mein Traum, ja. Tä amount unsere Dump Naj refresh. Das hat meine Waal.